Neuen Mitarbeitern sage ich grundsätzlich, wenn sie ein neues Gefühl entwickeln möchten, was die Pflege angeht, dann sind sie bei uns ganz genau richtig. Wir verstehen uns alle untereinander sehr gut und harmonieren miteinander. Ein zuverlässiges Team zeichnet sich dadurch aus, dass niemand weckert. Wenn er einfach auch mal auf am Samstag angerufen wird, kannst du Sonntag einspringen. Es wird viel gelacht, es wird viel gearbeitet und ganz ehrlich, ich bin seit Jahren als erstes Mal wieder dankbar, in so einem Team zu arbeiten. Ein tolles Team ist für mich ein Team, wo man sein kann, wer man ist, wo man auf Arbeit kommt und Spaß hat. Bei uns im Haus sind es 14 Nationen, die bei uns beschäftigt sind. An einem Strang ziehen alle Mann für die Bewohner vor Ort, dass Menschen Möglichste machen, denen ein schönes Zuhause zu bieten. Ein tolles Team zeichnet ein Miteinander aus, dass die Schwächen der einen die Stärken der anderen sind.